Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es ein kurzes Börsenupdate zu Tesla und zu Zoom, die beide gestern einen krassen Hürdenflug hingelegt haben, so wie eigentlich schon die letzten Wochen und Monate. Fangen wir an mit Tesla. Ich habe ja letzte Woche schon einen Deep Drive über Tesla gemacht und ja darüber gesprochen, dass Tesla an der Börse weniger wie ein Automobilunternehmen bewertet wird, also nicht wie ein BMW oder wie ein VW, sondern eher wie ein Technologieunternehmen wie Apple. Denn Tesla ist ja einerseits führend in Elektromobilität, aber dann eben auch in Batterietechnik, autonom fahren und eben bald auch Energielösungen. Und ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Tesla ja diesen Aktiensplit durchführen wollte und so ein Aktiensplit führt ja dazu, dass die Aktie erstmal billiger wird, zumindest vom nominellen Betrag her. Und das führt ja dazu, dass gerade kleine Investoren dann eher die Aktie kaufen. Das heißt, wenn so eine Tesla-Aktie 2000 kostet, dann können sich halt viele Leute diese Aktie erstmal so nicht leisten. Aber wenn die jetzt eben zum Beispiel nur 400 Dollar kostet, dann ist es natürlich wieder ziemlich attraktiv. Gestern wurde also dieser Aktiensplit durchgeführt, nämlich eine alte Tesla-Aktie wurde plötzlich zu 5 Tesla-Aktien. Und der Tesla-Kurs lag dann gestern bei 515 Dollar zum Börsenschluss. Und 515 Dollar mal 5 sind ja 2.575 Dollar. Das heißt, wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass Tesla ja die magischen 2.000 Dollar überschritten hat. Und eine Woche später sind wir eben bei 2.575 Dollar. Einfach total verrückt. Das bedeutet eben auch, dass Tesla jetzt eine Marktkapitalisierung von fast 500 Milliarden Dollar hat. 500 Milliarden Dollar. Alleine gestern ist der Börsenwert irgendwie um 60 Milliarden Dollar gestiegen. Ein BMW ist gerade mal 45 Milliarden Dollar wert. Einfach mal so zum Vergleich. Also manche ärgern sich dann immer, dass ich mal so den BMW rausgreife, so als Beispiel. Aber ich finde diese Zahlen einfach so verrückt, dass man es irgendwie nur in Relation rücken kann, wenn man es eben mit Companies vergleicht, die irgendwie in der gleichen Branche sind. Und die man natürlich als Deutscher besonders gut kennt. Und da gibt es natürlich immer die Kritiker, die sagen, ja, ja, Tesla ist ja überbewertet und so weiter. Aber was heißt überhaupt überbewertet? Dass sie statt 500 Milliarden in echt nur 400 Milliarden wert sind? Dass sie nicht elfmal so viel wert sind wie BMW, sondern nur neunmal so viel wert wie BMW? Irgendwann wird das Ganze halt auch zu einer Self-Fulfilling Prophecy, muss man sagen. Denn wenn sie wollten, könnten sie einfach so mit einem Schnipp BMW einfach aufkaufen und dann hätten sie einfach BMW im Portfolio. Und es geht ja auch darum, dass die Anleger und der Aktienmarkt eben an Tesla glauben. Und das hilft denen natürlich auch dabei, Kapital fürs Wachstum und für die Investitionen zu besorgen. Nehmen wir mal an, Tesla hätte jetzt nicht genug Cash, um weitere Fabriken zu bauen. Wären aber der Meinung, dass sie eigentlich jedes Auto verkaufen können, was sie produzieren können, dann wäre es jetzt mit dem hohen Aktienkurs halt für sie super easy, dann eben auch Kapital natürlich zu besorgen. Und dann würden sie eben tatsächlich diese ganzen Fabriken bauen können, die sie vielleicht sich vorher nicht da hätten leisten können und verkaufen dann tatsächlich so viele Autos. Und so wird es dann, wie gesagt, echt zu so einer Self-Fulfilling Prophecy. Bei Tesla habe ich ja vor sieben Monaten die Prognose gewagt, dass Tesla bald so viel wert sein würde wie BMW, Daimler und VW zusammen. Damals war Tesla gerade mal 160 Milliarden Dollar wert und die anderen drei zusammen irgendwie, weiß nicht, 180 Milliarden oder so. Die drei anderen haben sich seitdem nicht so sehr bewegt und Tesla ist jetzt eben fast 500 Milliarden wert. Das heißt, einerseits hatte ich eben recht, dass Tesla tatsächlich mehr wert sein würde als die drei zusammen. Aber jetzt sieht ja Tesla bald dreimal so viel wert wie die drei zusammen. Also habe auch ich da die Entwicklung so ein bisschen unterschätzt. Und es wird eben spannend sein zu sehen, wie das Ganze weitergeht. Im September, wie gesagt, gibt es ja diesen Tesla Energy Day, wo ja Elon Musk viel zu den ganzen Batterie- und Energy-Solutions von Tesla erzählen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass auch im Vorfeld und auch im Nachgang von diesem Energy Day die Aktie einfach nochmal krass hochgehen wird. Kommen wir zu der zweiten Company, die gestern durch die Decke gegangen ist, nämlich Zoom. Und die Zoom-Aktie ist gestern, glaube ich, um 30 Prozent gestiegen und liegt jetzt eben schon bei 400 Dollar. Und das liegt eben daran, dass Zoom gestern seine Earnings, seine Quartalsergebnisse bekannt gegeben hat. Und die waren halt echt total durch die Decke. Bei Zoom konnte man sich ja folgende Fragen stellen. Das eine ist eben, steigt Zoom weiterhin so von den Nutzerzahlen her, jetzt wo sich die Leute so ein bisschen an Corona irgendwie gewöhnt haben und wo sie vielleicht jetzt auch Alternativen entdecken, wie Microsoft Teams, Skype oder ähnliches. Die zweite Frage war dann eben, kann Zoom eben die neuen Nutzer auch konvertieren zu bezahlten Usern, also Leute, die dann eben nicht nur Zoom kostenlos nutzen, sondern eben auch so ein monatliches Abo abschließen. Und die dritte Frage war eben, die User, die Zoom schon hat und die auch dafür bezahlen, bleiben die auch dabei oder wandern die eben ab? Und das ist ja eben diese Metrik, die Churn Rate, die ja immer ganz, ganz wichtig ist, weil alle diese Abo-Services, die sind natürlich nur sehr profitabel, wenn möglichst wenig Leute eben churnen. Also drei große Fragen. Wächst Zoom weiter so stark von den Usern her? Konvertieren diese User dann eben auch in bezahlte User? Und drittens, die User, die eben schon bezahlen, bleiben die auch oder churnen die eben? Und Zoom konnte eben alle drei Fragen mit einem ausdrücklichen Ja beantworten. Also ja, Zoom ist von den Usern her wieder deutlich gewachsen. Die hatten irgendwie 150 Millionen Monthly Active Users alleine im letzten Quartal. Und das sind eben 45 Mal so viel wie noch im Vorjahr. Und das ist einfach so krass, wenn man sich halt mal überlegt, dass klar, die Nachfrage nach Zoom ist eben da aufgrund von Corona. Aber das Ganze muss man ja auch erstmal so hinkriegen, dass der Service weiterhin auch stabil läuft, dass der Customer Service läuft, dass auch alle weiterhin happy sind. Ich glaube, letzte Woche hatte Zoom ja so ein bisschen mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Da gab es zeitweise eben kleinere Ausfälle und dafür mussten sie sich auch entschuldigen. Aber echt ultra beeindruckend, wie sie es eben geschafft haben, in einem Jahr eben so stark zu skalieren. Also Zoom hat mehr User, Haken dahinter. Und das Ganze hat sich dann eben auch in den Umsätzen niedergeschlagen, denn die sind im Vergleich zum Vorjahr um 355 Prozent gestiegen. Der Umsatz war nämlich bei 186 Millionen und im Vorjahr waren es gerade mal 5,5 Millionen. Das heißt, der Umsatz hat sich mal eben so verdreißigfacht. Einfach total verrückt. Und bei Zoom muss man ja auch sagen, dass die extrem attraktive Margen haben von über 70 Prozent. Es ist ja so, dass eine Hardware-Kompany wie Apple logischerweise eben Hardware-Kosten hat. Das heißt, wenn sie jetzt eben ein iPhone verkaufen für 1.000 Euro, dann haben sie dafür vielleicht irgendwie Hardware-Kosten von 50 Prozent. Also haben sie 50 Prozent Marge drauf. Und Zoom hat ja so gesehen ja keine physischen Kosten, weil es ja letztendlich ein Cloud-Service ist. Aber deren Kosten sind halt vor allem diese ganze Cloud-Infrastruktur und deren eigenen Data-Center. Und weil sie es eben schaffen, immer mehr diese Data-Center eben auch selber zu betreiben, beziehungsweise auch von ihren Cloud-Anbietern immer bessere Konditionen bekommen, ist diese Marge eben nochmal gestiegen auf über 70 Prozent. Und es ist halt das Fantastische an solchen Cloud-Services wie Zoom, dass die eben einfach super profitabel sind. Man muss es natürlich einmal hinkriegen, diese Infrastruktur aufzubauen. Man muss es natürlich einmal schaffen, zu viele Kunden eben zu bekommen. Aber wenn man es mal hat, dann ist es halt echt eine Gelddruckmaschine. Und das zeigt dann Zoom eben extrem eindrucksvoll. Also dann noch ein kurzer Blick drauf, wie Zoom sich eigentlich jetzt an der Börse entwickelt hat. Also aktuell sind die fast 100 Milliarden Dollar wert. Und ich habe ja vor ein paar Monaten noch die Prognose abgegeben, dass Zoom das Potenzial hätte, irgendwann 200 Milliarden Dollar wert zu sein. Da sind sie schon mal auf einem ganz guten Weg, weil sie jetzt eben schon über 100 Milliarden Dollar wert sind. Anfang des Jahres war die Aktie noch bei 68 Dollar. Und jetzt ist sie eben schon bei 400 Dollar. Also eine knappe Versechsfachung innerhalb von acht Monaten. Und zu Beginn von Corona war die Aktie ungefähr bei 100 und jetzt ist sie eben bei 400. Also eine Vervierfachung innerhalb der letzten fünf Monate. Also extrem beeindruckende Performance von Zoom. Wie immer muss ich natürlich dazu sagen, dass bei diesen ganzen Aktien Sachen das eben kein Investment Advice ist. Das ist jetzt keine Empfehlung für euch, jetzt irgendwie Tesla oder Zoom zu kaufen. Ich möchte einfach nur erklären, wie die sich entwickeln, weil es vielleicht uns allen dabei hilft, diese Aktien noch besser zu verstehen. Und ich muss natürlich noch dazu sagen, dass ich selber auch investiert bin in Zoom und in Tesla. Bei weitem nicht so stark, wie ich das gerne hätte. Aber ich glaube, sowas muss man ja immer dazu sagen, dass man nicht in den Verdacht gerät, da irgendwelche Interessenkonflikte zu haben. Und dass man da irgendwelche Aktien versucht zu pushen. Wobei bei meiner etwas überschaubaren Marktmacht, weiß ich eh nicht, ob das jetzt einen besonders großen Einfluss hätte. Wenn ich jetzt hier sage, dass Zoom und Tesla total klasse sind. Also so große Influence habe ich dann ja doch nicht. Also das war unser kurzes Börsenupdate zu Tesla. Weiterhin abgegangen nach dem Aktiensplit. Und zu Zoom, die gestern eben diese absoluten Rekordergebnisse bekannt gegeben haben. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.